Hallo in die Runde, willkommen zum letzten Rocket-Video in diesem Jahr. Ich hoffe zunächst mal, dass ihr ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest verbringt, bei dem ihr hoffentlich auch dazu kommt, die eine oder andere Runde Skat zu spielen, am liebsten in der Familie, vielleicht auch online, so wie ich etwa gestern Abend, und dann schauen wir mal, was auf diesen letzten Metern des Rockets hier passiert. Definitiv kann man sagen, es ist noch mal richtig heißer Wettkampf. Es versuchen jetzt alle noch mal auf den letzten Metern, als ob sie gerade aufgewacht sind, sich ins Finale zu qualifizieren. Da gibt es natürlich Gedränge und nicht alle können mehr durch diese Tür hineinschlüpfen. Entsprechend wird umso mehr gereizt und umso mehr attackiert. Ja, ich habe hier die komfortable Situation, dass ich mein Ticket schon gezogen habe und hier in aller Ruhe spielen kann. So, Spieler 1 macht hier diesen Grang los. Für mich die Situation noch ein bisschen unübersichtlich. Hat mein Partner jetzt etwa unter seinem Herz Ass aufgeschlagen. Jedenfalls habe ich danach versucht, wo ich auch 2 Buben habe, meine starke Kreuzkarte zu etablieren, beziehungsweise das Stärkste, was ich in der Hand habe. Der Alleinspieler hat aber mit der Dame erfolgreich geschnippelt. Dann ziehe ich ihm erst mal die Buben raus. Und hier mit der Herz 10 ist natürlich klar, Herz Ass ist nicht bei meinem Partner. Jetzt könnte ich noch darauf spekulieren, dass vielleicht Caro das Ass bei meinem Partner sitzt. Glaub ich aber auch alles nicht, beziehungsweise wenn doch, dann soll man der Alleinspieler eben antanzen. So lang kann er Kreuz und Herz 10 nun auch nicht mehr haben. Und dann schauen wir, ob wir noch irgendwie hier eine Chance haben. Schaut an. Caro wäre es auch nicht gewesen. Nein, der Grang ist gut. Caro Ass, Caro 10. Da können wir nichts dran beißen. Peak Ass ist tatsächlich jetzt überraschenderweise die Ass-Phase meines Partners, aber das hätte uns auch nicht viel geletzt. Oh, und schon im zweiten Spiel wach ich auf. 4 Ass in der 10. Und dann auch noch im Kreuz, wo ich den zweiten vollen habe, die 10 habe. Nur die beiden, dass ... Ja, also wenn es einen Granghand ohne 4 gibt, dann sieht der ungefähr so aus. Und weil doch Weihnachten ist und alles glücklich läuft, spiele ich das Ding jetzt auch aus der Hand. Bitte nicht unbedingt nachmachen in einer echten Turniersituation. Dafür ist das Risiko einfach zu hoch und hier sehen wir auch warum. Wahrscheinlich liegt ein Kreuz und schon schwimmt das Ding natürlich wie nur irgendwas. 14 Augen. Ja, danke. Danke fürs Mitmachen. Jetzt aber raufturnen. Und aha, 35. Aha, 50. Also was unke ich, denn war doch gar nichts los. War doch alles Paletti. Und jetzt kommt am Ende doch noch das Unglück. Ich gewinne mit 63 Augen, denn ausgerechnet ein Bube und ausendet der Pik-Bube liegt drin. Der Billigmacher, den wollte ich bei diesem Spiel natürlich nicht unbedingt finden. Aber erst mal freuen, dass das Ding überhaupt noch gewonnen wurde, nachdem die Kreuz 10 erpangen gekommen ist. Und das nennt sich wohl ein Anschlussspiel. Komm für 18 ran. Finde noch das Karo Ass. Wunderbar. Habe ich schon wieder den nächsten Gein in der Hand. So, erst wollte ich ihn so drücken, 14, nach dem Motto Sicherheit. Zuerst das Bild mit runter, aber dann habe ich mir gedacht, nein, die Schneider-Chance ist einfach zu groß und die Verlust-Chance zu gering. Ich drücke das Ding hier lieber auf Schneider mit einer Karolusche noch in den Keller. Der Kreuzkönig sollte nicht unbedingt zum Problem werden. Und hier sehen wir auch, das war absolut richtig. Bube werde ich gleich eingespielt. Jetzt kann ich es mir erlauben, hier einen lockeren Unterzug zu spielen und Schneider-frei ist. Jetzt schon nur noch möglich, wenn Karo zu viert steht oder auf dem Kreuz-Rückschub ein Karo abgeworfen wird und dann Karo 10 und Herz Ass fallen. Jetzt kann ich hier nochmal einmal tauchen, um in Hinterhand zu bleiben und die Schneider-Chance für mich noch ein wenig zu erhöhen. Wird aber eingespielt und dann komme ich natürlich doch sofort mit meiner Karolusche an Bord. Karo stand auch 2-2, also auch mit 14 Augen im Keller wäre der Schneider genauso geglückt. Ja, das nenne ich doch schon mal einen ganz guten Auftakt. Und hier wieder 5 Volle. Es läuft, es läuft, es läuft, es macht Spaß. 20er Reizung jetzt und da ist der Pik Bube im Stock. Der Pik Bube zusammen mit der Karolusche. Ja, ohne wenn es jetzt der Herz Bube oder so gewesen wäre, dann hätte ich jetzt wohl ein schönes Karo-Spiel getauft. Ein bisschen defensiver. Oder sagen wir mal, nicht ganz so teuer. Da wir jetzt aber bei 20 sind, geht der Krang wieder los. Karo 10, Pik Dame habe ich gedrückt. Muss natürlich ein bisschen glücklich laufen. Also im Prinzip brauche ich schon den Doppelläufer in Kreuz. Das wäre nicht gut, wenn die Kreuzlinie mir abhanden kommt. Andererseits, wenn ich ihn anders drücke, komme ich auch nicht notwendigerweise ins Ziel. Das ist alles sehr spekulativ, wie das Spiel verlaufen wird. Karo Ass hoffe ich jetzt natürlich erstmal, dass das in den Hinterhand sitzt, der gereizt hat und dann nicht direkt auf den Tisch kommt. Dann, ja. Versuchen wir es mit 13 im Keller. Es kommt das Karo Ass und es fällt die Dame und das ist ja natürlich nicht so schön. Jetzt wird hier die erste, kommt die erste Wimmelung. Das ist ungünstig. Das ist jetzt hier der letzte Karo übrigens immerhin. Also stechen kommt natürlich gar nicht in Frage. Dann kann hinterher auch noch vielleicht Kreuz abschmeißen. Dann bin ich eher froh, dass er erstmal eine 10 gewimmelt hat und jetzt hier auch die zweite 10. Damit bestehen ja immer noch die Chancen, dass meine vollen alle laufen. Die anderen 10 hatte ich ja gar nicht mit eingeplant. So, jetzt muss ich natürlich erstmal angespielt werden. Kreuz ist mir natürlich das liebste. Kreuz Dame, das sieht eigentlich doch schon wieder ganz gut aus. Jetzt bin ich bei 27, kann hier erstmal, wenn es geht, zwei Büglis eliminieren. Und jetzt sollte natürlich, dass die Kreuz 10 noch laufen. 27, 42, ja. Aber es sah doch alles danach aus. Es sah alles danach aus, vor allen Dingen, weil der Spieler in Hinterhand nicht den blanken Kreuz abgeschmissen hat, sondern die beiden 10er gewimmelt. Aber die wollte er wohl erst zu Hause haben, und doch hat er nur den einen Kreuz. Er sticht mir hier die Kreuz 10 ab. Ja, damit sind es 60, wenn ich es richtig übersehe, mit diesem Stich schon. Ich gebe zwar noch einen Stich ab. Ja, da schaffen sie es allerdings jetzt, Minimum zu spielen. Rechts steht noch der Kreuzkönig, links noch die Erz Dame. Das hätten sie natürlich anders timen können. Aber 60 langt, ja, uuuh, nein, nein. Mensch, es ist doch Weihnachten, wie konnte das passieren? Das ist doch eigentlich die Zeit der Geschenke. Aber mal haben die anderen vielleicht dieses Geschenk entgegengenommen. Damit ist natürlich irgendwie Spiel 4 schon so ein bisschen die Luft raus. Denn so ein Spiel, ja, das holst du einfach nicht mehr auf. Dem trauerst du immer irgendwie so ein bisschen hinterher. Gut, also natürlich, ich werd jetzt nicht hier die Flinte ins Korn werfen, aber die Karte dreht sich dann natürlich auch gleich so ein bisschen. Der Lauf ist unterbrochen und so ein dickes Minusspiel, dass, ja, selbst wenn jetzt am Ende noch 4, 500 rauskommen, fragt man sich dann immer, was hätte sein können? Was wäre, wenn, wenn ich das Ding nicht verknistert hätte? Aber das ist ja gerade das Schöne am Skat. Das ist gerade der halbe Spaß. Es funktioniert eben nicht immer alles so, wie man will. Sonst wär's auch wieder langweilig. So, hier muss ich jetzt noch mal kurz aufpassen. Mein Partner sticht Herz 10, Herz 9 ist also hoch. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt hoffen wir, dass er angespielt wird. Nein, er wird nicht angespielt. Kann auf 0 Augen schon mal die Herz Lusche abschmeißen. Da frag ich mich dann immer, warum denn jetzt hier Spieler 2 nicht? Entweder einfach Trumpf rüber spielt, was völlig ungefährlich ist, oder warum er nicht versucht, mich anzuspielen. Gut, er hat's wahrscheinlich mit der Herz Lusche versucht. Dann ist wahrscheinlich Herz 10 gedrückt mit der Kreuz Lusche. Aber das ist ja nun immer die Chance, günstig für den Alleinspieler dann was abzutragen. Also jetzt können wir natürlich nicht mehr gewinnen, obwohl es nur ein Fünftrümpfer ist. Denn der Alleinspieler wird sich meine Karo 10 noch angehen. Oh, es ist sogar, schaut an, Pik 7 ist auch noch da bei meinem Partner. Es ist sogar nur ein Viertrümpfer gewesen. Das ist ja besonders bitter, dass wir jetzt dieses Spiel nicht schlagen, weil mein Partner dann nicht Trumpf rüber gespielt hat. Der hätte Trumpf rüber spielen sollen. Das wäre die sichere Wahl gewesen, in dem Fall natürlich, wo ich die beiden alten noch habe. Dann hätte er auf Herz 9, Herz 8 erstmal die Karo Lusche fallen lassen können, und damit verhindert, dass in Karo die 10 mir abhanden kommt. Gut, guter Start jetzt für Spieler 1. Der hat jetzt 2 Gewinnspiele zu Buche stehen und von mir die 40 Punkte. Gut, und natürlich bin ich hier nochmal angestachelt, angespornt, und biete 20 auf diesen Ansatz, würde man sagen. Man könnte auch sagen, Müllhaufen heißt es manchmal auch, so ein Ding, da hätte ich schon sehr gut auch finden müssen. Naja, vielleicht ein Pik hätte es werden können, oder der 6. Trumpf in Herz, irgendwie so. Mehr als 20 ist es jedenfalls nicht wert, und dann denke ich mal, dass Spieler 2 wohl was Gutes zusammengestöpselt bekommt. Pik, das ist natürlich interessant, denn da habe ich 4 Trumpf dagegen und eine lange Farbe in Herz. Jetzt komme ich auch noch hier mit der Kreuzdame, mache ich auch noch mit der blanken, schwachen Dame den ersten Stich. So, jetzt ist die Frage, mit 4 Trumpf jetzt noch den blanken Karo König. Ne, das ist mir dann doch ein bisschen zu schwach, oder aus meiner eigenen Schwäche gespielt. Dann zeige ich jetzt lieber einmal hier meine lange, meine starke Farbe, und dann gucken wir mal, ob dieses Spiel dagegen halten kann. So, hier seht ihr jetzt, ich war definitiv abgelenkt. Es ist hier Familie unterwegs. Ich war schon fast zu faul, noch den Mauszeiger rüber zu bewegen zur Pik Dame. Natürlich muss ich hier auf den Pik Buben das Bild legen. Wenn mein Partner darüber kann, und das kann er, wie wir hier sehen, dann habe ich jetzt natürlich sehr leichtfertig 3 Augen verschenkt. Da seht ihr also, was passiert, wenn Weihnachten Skat gespielt wird, und die Konzentration nicht so hoch ist. Und jetzt kommt aber der Stich, der ja eigentlich das Spiel entscheidet. Ihr seht es vielleicht, Kreuz Lusche 10. Ich sitze davor und denke, was ist denn hier los? Diesen Stich, den gibt es nach diesem Verlauf eigentlich überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt bitte das Kreuz Ass? Es kann ja nicht bei Spieler 2 sein. Der hätte doch sicher nicht im ersten Stich mit Kreuz Ass 10 Lusche geschnippelt. Es muss also bei meinem Partner sein, der hat unterdurch gespielt, und hat jetzt nicht die Eier in der Hose, jetzt das Kreuz Ass aufzuspielen, beziehungsweise, was sage ich, Eier, der macht hier so einen Mickey Mouse Unterzug, und Spieler 2, der in einer einfach bestellten Kreuz 10 sitzt, schafft es tatsächlich, obwohl ihm die 10 rausgeschnippelt wurde, jetzt damit einen Stich zu machen, beziehungsweise es schafft es nicht einen Stich zu machen. Aber naja, wenn da jetzt Kreuz Ass liegt, Kreuz Ass, Kreuz 10, Herz Ass, das ist ein 32er Stich für uns. Ich habe noch alle Trümpfe in der Hand. So muss ich als Trumpfstarker jetzt hier stechen. Jetzt bin ich natürlich auch frustriert, hau dann doch mal den blanken Karro raus. Jetzt geht natürlich nichts mehr. Ja, Trumpf Lusche auch noch bei meinem Partner. Hier, Trumpf zurück. Können wir noch unseren einen Karro-Stich machen vielleicht? Ne, können wir nicht. Das war natürlich jetzt ein ... Einmal gut, schnell durchschütteln, wieder vergessen, diesen Vorfall. Ich bin am Tisch jetzt hinten. Verdammte Axt. Jetzt heißt es also wieder, alles vergessen, ausblenden, und den Fokus auf die nächsten sechs Spiele richten. Nicht, dass man nach so einem ärgerlichen Vortrag hier sogar die Liste noch verliert. So. Erstmal wieder, wie damals gefunden, Kreuz Bube. Der passt wie die Faust aufs Auge. Damit kommt ein sehr solider Sechstrumpf Herz dabei raus. Einmal standardmäßig locker geschnippelt. Jetzt unter durch, um mich auch gegen vier Trumpf gut zu verteidigen. Auf den letzten Karro kann ich einmal Kreuz fallen lassen. Wupp. Andere haben 42. Sofern kein Abstich ist, ist das Spiel jetzt gewonnen, denn es gibt nur noch einen Stich auf die Herz 7, wenn alle vier Trüffe stehen und sie stehen zu viert. Also, für solche Fälle ist es dann immer gut, mal einen defensiven Trumpf unter Durchzug zu machen. Ich schneide aber bei dem Spiel sowieso eher unwahrscheinlich. Und so kommen wir dann knapp, aber souverän ins Ziel. Gut, hier ist wieder ein bisschen Musik in der Karte. Ihr seht das. Also die Karte hat mich noch nicht ganz aufgegeben. Dann kommt man natürlich mit solchen Ansätzen gar nicht so oft hier beim Rocket ans Spiel. Aber ich komme ans Spiel für 18. Und schnapp! Pik 10, Karro 10. Das hätte nur mal laufen können. Da sind ja schon mal zwei volle. Ja, jetzt habe ich wieder so ein gemischtes Ding. Man weiß gar nicht so richtig, soll ich den Gang machen. Nein, der Gang ist zu gewagt. Ich spiele dann aber auch nicht den Herz. Denn da komme ich gegebenenfalls auch ein bisschen Trumpf kurz. Also gut, den Herz kann man auch spielen. Es tut sich eigentlich nicht viel. In Hinterhand wäre der Pik auf jeden Fall stärker. Oder in Mittelhand, weil man da selten beide Pik-Vollen hochgespielt bekommt. In Vorhand kann man sicher beides machen. Mit 20 im Keller ist der Plan natürlich recht einfach. Trumpf Ass 10 verstechen und Herz Ass soll laufen. Einen anderen Wunsch habe ich hier eigentlich überhaupt nicht. So, es wird ein bisschen da rumgezupfelt. Also was Volles angeboten wird nicht. Aber wo ich 20 im Keller habe, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Schnell den ersten vollen Heimstechen. 34. Herz Ass läuft. Wunderbar. 48. Jetzt, ja, entweder ich kriege die Trumpf 10 noch verstochen oder ich kriege mit dem alten einen Ass festgehalten. Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Oh, guck, guckt an. Da kommt es schon. Es wird die Herz 10 festgehalten, um mir das Karo Ass vorzusetzen. Ja, ein bisschen gewagt vielleicht. Karo Ass hätte man natürlich auch wimmeln können. So bin ich allerdings in Mittelhand. Macht mir aber nichts. Bei 48 kann ich das Karo Ass natürlich locker mit dem alten verhaften. Auch wenn ich mir jetzt schon relativ sicher bin, dass es wohl nichts mehr gibt. Dann hat Spieler 2 mit seinem letzten Trumpf gestochen. Und ja, er hatte Gründe. Das Kreuz Ass hat er auch noch. Also an sich hat er das gar nicht schlecht gespielt. Jetzt habe ich hier interessanterweise, wie gesagt, ich stand auf 61, hat Spieler 1 vergessen, mir mit dem Karo Boom die Trumpf 10 abzuholen. Deswegen konnte ich noch mal 14 Augen da oben drauflegen. Sieht ein bisschen komisch aus. Wäre nicht nötig gewesen. Ich merke mir einfach hier an der Stelle gleich, okay. Spieler 1 hat vielleicht doch nicht die hundertprozentige Übersicht. Oder er ist genauso abgelenkt von Familie und Weihnachtspunsch, wie ich das war. Und dann kommen solche kleinen Zähl- und Stockfehler natürlich schon mal vor. So, 2 Asse im Bube, kurz vor Schluss. Erst 200 liegen, habe ich noch mal 24 rausgeballert. Kann fast froh sein, dass ich nicht rankomme. Das wäre sicher auch wieder ein heißer Ritt gewesen. Und dann schauen wir mal, wie sich Spieler 1 bei diesem Karo schlägt. So, mein Partner hat mindestens natürlich noch den alten, vielleicht auch noch einen weiteren Trumpf, wo bisher nur so die Luschen fallen da. Also, es ist nur ein 5-Trumpfer-Pikjung noch bei meinem Partner. Kreuz Asse, Lusche beim Alleinspieler. Zwei unbekannte Karten noch. Das eine ist Pik Lusche. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die andere unbekannte Karte? Ist es Pik Asse? Nein. Dann hat er jetzt entweder noch einen Pik dabei oder ein Herz. Aber ich denke mal, es wird der Herz sein. Ja, er hat einen eingedrückt. Hat wahrscheinlich 20 gedrückt. Herz 10, Pik 10. Das nützt ihm jetzt nichts. Herz Asse geht noch auf Pik Buben. Und Kreuz Buben, Entschuldigung, auf den Hohen Buben von meinem Partner. Und damit ist das Spiel natürlich hinüber. Das hätte schon einen etwas gleichmäßigen Trumpf oder Kreuzstand gebraucht, um gewonnen zu werden. So. Mittelhand. Spiel 10. Worüber denke ich denn jetzt hier gerade so lange nach? Ich kann es mir nicht erklären. Da habe ich auch nicht. 20 gereizt. Diesmal leider nicht reingekommen. Und da haben wir es endlich mal wieder. Den berühmten Wettkampf. Nicht nur 2 Mann reizen, sondern 3 Mann reizen. Alle wollen das Spiel machen. Aber nur einer kann es bekommen. Vorhand, Spieler 2, bekommt das Spiel. Ja, ich bin gespannt, ob er jetzt gewinnen kann. Wenn mein Partner Kreuz gereizt hat und auch noch ein paar Buben und Asse hat. Aber es scheint ein Trumpf starkes Spiel zu sein. Karo Bube direkt bei meinem Partner. Das riecht ja so nach einem 7-Trümpfer. Nein, die 8 ist noch da. Dann ist es nur ein 6-Trümpfer. Aber Kreuz Ass war an der Seite. Gut, was wird er haben? Hat er Pik 10 zu dritt? Sieht ganz danach aus. Er hat Pik 10 sogar zu viert. Das heißt, Pik 10 noch gekellert. Dann kriegen wir natürlich jetzt nur noch den Bauernstich von meinem Partner. Da lege ich das Herz Ass noch zu. Und damit sind wir natürlich sehr gut aus dem Schneider. Ja, mit meinem 4.1, 290 bin ich sogar vorne. Also wir können wieder das, was wäre, wenn Spiel spielen. Wenn ich den Gang nicht verloren hätte, dann hätte ich wahrscheinlich dieses Blatt jetzt auch noch ein bisschen höher gereizt. Aber so, wo hier nicht ganz so viel Musik mehr drin ist, muss ich jetzt auch kein ganz überzogenes Spiel mehr machen. Es wollen wieder beide übrigens spielen und erneut hat Spieler 2 die Nase vorn. Gar nicht so gut für mich, denn der ist ja knapp hinter mir. Müssen wir mal sehen, ob ich ihn jetzt ausgebremst bekomme. Herz. Herz habe ich wieder 4 Trumpf dagegen und mein Partner sollte noch den Pik-Boom haben. Also das sind doch erstmal ziemlich gute Voraussetzungen. Wir haben auch noch eine 22er Reizung von meinem Partner. Also eine Farbe gereizt im Pik. Ja, muss ich deswegen Pik ausspielen. Häufig ist es ja so, dass er auch ... Auch mein Partner wird noch eine Beikarte haben. Herz ist es nicht. Karo habe ich recht lang. Es kann auch gut Kreuz eine Beikarte sein. Also ein bisschen Geschmackssache. Ich habe mich jetzt hier tatsächlich entschieden, mal den Kreuzkönig auszuspielen. So, das war gerade ein kurzer Ausfall. Spieler 1 war einen Moment lang verschwunden, aber jetzt ist er wieder da. Jetzt geht das Spiel los. Also mein blanker Kreuzkönig-Kreuzass bei meinem Partner, das sieht doch sehr, sehr vielversprechend aus. So, Kreuz 10 zwar freigespielt, aber auch schon reichlich Punkte. 15, 25, 36, 39. Jetzt mal schnell auf den Pik-Buben nach vorne spielen, damit ich meine Pik-Lusche noch auf Kreuz loswerden kann. 41 und Herz-Bube erst gefallen. Das heißt, das Spiel ist mindestens ohne 5. Pik-Bube auch noch bei meinem Partner. Dann wird es natürlich ganz schwer. Und jetzt werfe ich die Pik-Lusche weg. Und damit ist das Spiel wohl hinüber. Und jetzt Schock am Weihnachtsabend. Was ist das denn hier? Mein Partner hat neben dem Pik-Buben auch noch die Herz-Dame. Es ist also, ja, nur ein Viertrümpfer. Und mein Partner bleibt unter, lässt mich am Stich. Das ist ja Mist. Denn jetzt fallen nachher die Buben gleich übereinander. Und ich kann Pik nicht stechen. Ja, warum übernimmt er denn nicht? Warum übernimmt er denn nicht und bringt Pik-König 10? Oder Pik-Ass, was immer. Er hat die höchste Karte in Pik. Ja, ich bin einigermaßen fassungslos, sprachlos. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, wie ich das Spiel fortsetze. Soll ich jetzt den alten abziehen, damit ich gleich nicht nochmal im Spiel hänge? Gut, vielleicht hat mein Partner ja auch die Idee gehabt, weil er Karo-frei ist, dass er stechen will. Also noch was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen teste ich jetzt Karo. Nein, er will Karo nicht stechen. Und jetzt hängen wir hier ganz kurz vor 60. Ganz kurz davor. Also jetzt muss mein Partner bitte noch den Pik-Stich machen. Ich glaube, wir haben 52 oder so. Also ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz genau gezählt. Wenn mein Partner jetzt... Ich biete jetzt die Karo 10 an. Wenn mein Partner jetzt den Pik-Stich macht, dann gewinnen wir noch. Und was macht er denn jetzt? Ich werde... Ja, jetzt schlichts 13 Pot-Splitz. Jetzt haut er da in die Karo 10, die Pik-10 rein. Er macht diesen Pik-Stich, aber jetzt nur mit dem König. Und der Alleinspiel gewinnt mit 62. Ich werde verrückt, dass man sowas erleben darf beim Skat. Also dieser Spielverlauf, der war ja natürlich... Heieieiei! Das war ja jetzt ein Dingens. Herz ohne 5 mit... Also ich glaube, der brauchte schon 2, 3 Fehler. Ja, Mensch, warum übernimmt er denn nicht? Und spielt Pik-10? Da machen wir ja fast 80 Augen. Karo 10 geht das noch auf den Buben. Heieiei! Gar nicht drüber nachdenken. Jetzt brauche ich noch das Spiel, um wieder an Spieler 2 vorbeizuziehen. Also das war ja wohl ganz viel Alkohol im Weihnachtspunsch. Da war Spieler 1, glaube ich, im ganz anderen Film unterwegs. Das lässt sich anders nicht erklären. Spieler 2 ist der Profiteur. Und jetzt habe ich immerhin einen Ansatz. Ja, die beiden anderen reizen, die wissen noch gar nicht, dass sie mich jetzt natürlich auf Zinne erleben und dass ich ein schönes 2-farben Springer-Krängelchen habe. Und den werde ich jetzt natürlich reizen in dieser Situation. Also nach so einem Ding, da bewahrst du nicht ganz kühlen Kopf. Da sagst du dir nicht, ach komm, dann freut sich eben Spieler 2. Da sagst du dir, jetzt geht die Maria aber los. Hoch die Tassen, 48 wird gehalten. Das juckt mich gar nicht. Da gehen wir direkt auf 60. Ich meine, Mittelhand hat auch noch gereizt. Da werden da wohl die Jungs verteilt sein. Also Grainhand wird gespielt. Jetzt schließe ich auch ein kleiner Preiskart. Also wenn ich den gewinne, dann ja, guckt euch diesen Stich an. Ein Traumstich, ein Traumstich. Pik 7 wird vorgestochen. Da liegt wahrscheinlich Pik 8 oder sowas drin. Trotzdem Pik 7 sieht natürlich sehr defensiv aus. 2, 12. Auf 12 Augen bin ich meine beiden Luschen losgeworden. Und der Bube ist weg. Damit wird dieser Grainhand nicht nur gewonnen. Nein, er wird sogar Schneider gewonnen. Selbst wenn es den Karosstich noch ergeben sollte. Halleluja, zumindest ein kleiner Achtungserfolg. Im letzten Rocket des Jahres habe ich es erneut geschafft, meinen Kasten sauber zu halten. 436 am Ende, das hat auch noch für ein kleines Weihnachtstaschengeld gereicht. So viel aus dem Rocket Studio. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. Vielleicht nicht nur als Zuschauer, sondern sogar als Spieler. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer Gut Blatt. 5. 6. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 16. 22.